A big old beautiful water that's really in my school. Ero, die Hexe fällt gleich tief ins Klo, naja, Klo ist das nicht, aber runter in ihren eigenen Kerker. Ja, ja, können wir schon, können wir schon, können wir schon, rein, 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 rein. So, nun, du altes, garstiges, hässliches Viech. Ja, 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 ja. So, machen wir, ne, 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 gleich, bist du unten? Stupid, old, rich, hehehe, hehehe. Ah, heiß, trinken. Ah, schlimm, hab heute schon viel zu viel Beobostick Pack aufgenommen, weil ich etwas fertig kriegen wollte. Das war gestern und heute. Und heute war es dann deutlich gewollt und erwartet. Doch. Aber darum jetzt doch schnell die eine Folge. Ja, das war wohl nichts, Alte. Auf Wiedersehen. Ja! Gotcha. Ja, schön. Da kommen wir nicht dran. Das hat man schon vorher vermutet. Ja, irgendwie so in die Richtung wird es wohl sein. Okay, da kommen wir nicht dran. Den Eintop wollen wir gar nicht erst, sonst, ja, den Ofen. Kannst du ja mal öffnen. Ja, schmeiß die Hexe doch rein. Tick dich aus wie eine Gewaltverbrecherin. No, komm, runter mit dir. Hey, Alte. Na? Hä? Let me out! Let me out! You wicked, wicked person! You're never getting out! Oh, but... 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 I'm not wicked! I've heard you say you would eat us. You sang about it actually. Let me out! Let me out! Let me out! Never! Ah, talking to this one is going to be tricky. Mit was für einem Spruch hast du das Buch belegt? Es ist immer noch ihr Buch, beziehungsweise das Buch der anderen Hexe. Von wem Friede denn? Da lässt sie sich nicht drauf ein. Ja, dann bleibst du im Idiot und versauberst. Ach, ja. Ich halte schon mal den Ofen für dich an, Oma. Äh, das wäre so. Ja, warum hast du überhaupt die ganzen Kinder geführt? Ähm... Kein Kommentar, nächste Frage. Gut. Äh... Ich habe schon ein wenig mit Schutzzaubern nicht so unitärt. Da könnte ich dich auch... Ach, äh... Alle... Ja. Stimmt. Könnten wir doch erst gar nicht mehr sagen. Könnten wir doch erst gar nicht mehr sagen. Denkst du, dass ich es herausfinden könnte? Ha! Das Chance! Du konntest nicht, dass du halb der Spelle wissen kannst. Keinem! Wie ein rotter Kind, der mehr über Spelle kennt als ich. Stuhl, ein bisschen... Riesp... 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 Okay. Okay, okay, okay. Stimmt schon. Niemals werde... Niemals wird je eine Hexe deine Größe erreichen. Wenn du mir den Spruch nicht verrätst, dann, dann! Ich bin jetzt auf deiner Seite. Äh... Hm, das bringt nichts. Hm... Hm... Versuchen wir es mal! Mensch, schmeißt der Elton doch mal mit Telekinese das Skelett in den Kopf, damit sie mal so ein bisschen... Damit sie mal so ein bisschen, nee, nee, nee. Da, 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 wenn du Spruch nicht verrätst, dann, dann! Oh, uh, 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 Anna, bitte! Ja, schaddi, 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 ja. Bringt das wohl im Moment nichts. Ja, du Alte, viel Spaß, du bleibst dafür auch hier. Ich würde ja echt Telekinese einsetzen, um hier irgendwas zu machen, damit die sieht, was hier Taco ist, ne? Na gut, dann gehen wir, tschüss! Auf Wiedersehen, reingehauen, irgendwas anderes werden wir bestimmt schon herausfinden. Wir könnten uns mal in den Welt begeben, wir können aber erst mal zum Dorf zurückgehen und uns ein hoffentlich vorhandenes Herbind ansehen. Außerdem will ich die Stadtmusikanten mal wieder sehen, denn ich finde die immer noch zu putzelig, knuddelig, lieb und süß. Oh, la, 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 und ach ja, zwei Sachen, die ich mir auch eigentlich noch ausprobieren wollte. Wie wir hier vielleicht jemanden zum Reden kriegen? Ah, er ist weg, alles klar. Telekinese, Telekirure. Aha, ich bin gut an das. Richtig, und jetzt gehen wir wieder raus. Und wenn es jetzt umgeprügelt ist, müsste ja nach Adam Riese jetzt hier vielleicht Bier rauskommen. Das hat die nämlich noch nicht getestet. Ja! Hm, ein Brunnen voller Bier. Tja, Kollege, da hast du die Balear gesoffen. Vertellen sie. Aber eigentlich wollte ich ja noch etwas anderes tun, aber jetzt haben wir ihn an unserer Seite. Gronkh? All right, listen carefully. Only saying this once. Lake, straight down that way. Murderous thieves live that way to the north. But don't go there. They're murderous. Hence, murderous thieves. Back the way we came to get back to the village. Questions? Well, just to be sure, I... Good. No questions, then. Ah, schön. Okay, er schreit nicht survival, rennt axt schwingend hinter Leuchen her, rennt durch den Wald. Also, das kann nicht krank sein. Einschild. Ja, da geht's zu den Baliten. Möchte ich, denn da geht's zum Räuberhaus, da geht's zur Mühle, zum See. Oh, ein Baumschumpf. Just looks like a great old tree stump, not much to see with him sitting on it really. Und hier, hm? They are all long and thin and stringy, like spaghetti. Okay, können wir sie mitnehmen? Yeah, wir können. Hm, they're really stuck on tight. Tough little things they are. Ah, das kriegen wir schon hin. Komm, 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 komm. Oh! Ja, 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 ja. Was anderes haben wir da leider nicht. Was wir da vielleicht mal versuchen könnten, das könnte man vielleicht der Schere abkratzen. Mehr Schere abkratzen funktioniert. Und faserige Ranken, das könnte ja mit der Nadel funktionieren. Ja! Ich weiß noch nicht, wofür wir ein Nähgarn brauchen, oder nicht mehr. Irgendwas war da bestimmt mal. Stimmt, da können wir hier, äh, das da vielleicht mal mitnähen. Okay. Jetzt haben wir es Bettlaken. Also, was, wusste doch, irgendwas war doch da mit Geistern, oder? Äh, normal. Oh, ja, wir brauchen es noch nicht. Alles klar, dann reden wir doch mal. No. Mit dem hier. Ach, das ist der Schmied. Das ist der Schmied. Fiat? Du bist okay? Warum bist du hier allein und schuldig, Herr? Ich schütze die Wäste, die in der Stadt terrorisieren. Kannst du dir wissen? Duh-uh! Es scheint ein schönes Ort, mit schönen Dingen. Bist du sicher, dass es hier ist? Natürlich bin ich sicher. Ich bin ein Master Huntsman, nicht wahr? Ich weiß diese Wäste wie die Hände. Ich... I'm... tracking his... trail. He sent in such. Or something. Okay. If you say so, Mister. Gut. Kannst du mich über dieses und dir erzählen? Genau, 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 genau. Mehr Input! Sie ist eine Hexe entkommen. Beziehungsweise hat der sogar ihren eigenen Zauberspruch entgegen gehauen, rückwirkend. Hat dann direkt eingesperrt. Boah, alles gefehlt. Naja, ja. Und dadurch habe ich jetzt natürlich dem nicht zugehört. Du müsstest es eigentlich nochmal anklicken. Falls er über das und der Seite hat, was er noch mit seiner Tochter hat. Ich weiß nicht, ob ich kann, aber... vielleicht kann ich irgendwie helfen. Oh. Das ist sehr süß. Ähm... Aber... Aber vielleicht, wenn du mir nur sagst... Nein, das bedeutet nicht, Kind. Du bist nur wie meine eigene Mädchen. Du kannst... Alles klar. Doch nichts falsch verstanden und übersehen, aber sicher ist sicher. Ja, so suche ich auch immer Spuren, wenn ich in den Kühlschrank gucke. Ähm... Hm. Hm. Dort geht's zum See. Wir könnten jetzt aber erstmal... Zurück. Zur Mühle. Zum Dorf. Platz. Denn... Da wollte ich auch noch was ausprobieren. Im Laden. Hey, Mister! Guck mal, ich bin ganz reich. Ich habe einen dicken, fetten Diamanten. Was kann ich mit diesem bekommen? Das... Gah! Wo hast du... Hahahaha! Ich meine... Oh! Ein schade Rock. Nein. Es ist ein Diamant. Diese sind zu wertvolle, nicht wahr? Oh, ja. Wie schade ich mich. Ich bin nicht so sicher, dass sie so wertvoll sind. Ähm. Enough für diesen schönen Violin, vielleicht? Ha! Good grief, nein. Nein. Ich denke, das ist mehr in der Range von... Oh, es kommt jetzt. Die Laterne. Das ist über alles, was das können. Ja, genau. Ich würde mal eher behaupten, dass sie mehr als die Geige kriegen müssten dafür. Na ja, das war mal eine Laterne. Wait a second! This is broken! It's an antique, you little rat! Ja, genau. Das ist kaputt! Nein, es ist antique! Oh. Yeah. I guess that's fair enough. Oh, man. Thank you for the trade, mister. Hm. Just get out of here. Ja, geiler. Ja, geiler. Ja. Ja. Und ich glaube, mit hier unseren schönen, kleinen Bremer Stadtmusikanten sage ich vielen Dank fürs Einstellten Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Was müssen wir beim nächsten Mal tun? Ich hoffe, ich denke dran. Da werden wir mal gucken, wo er hier mit seinem Jungen abgeblieben ist, mit Hänsel. Da müssen wir nochmal zur Tochter des Schmiedsinn ihr so ein bisschen erzählen. Und ja, gucken, gucken, gucken und herausfinden, wie wir an das Buch kommen und an die anderen Sachen natürlich. Bis dahin, vielen Dank nochmal und tschüss.